so hallo freunde ich habe den boris bei mir ihr müsst euch jetzt ein applaus denken weil mein scheiß soundboard geht schon wieder nicht ich könnte abkotzen applaus über boris schön dass du da bist erst du hast du mich nicht klatschen hören auch hier doch das habe ich gehört ja wir haben beide sehr gut das hat sich angehört als würde deine halle vor leute applaudieren oder ist wie bei wie bei klammrot habe ich letztens gelesen die verschenken jetzt freikarten weil die das publikum nicht voll kriegen also wir haben genauso viele leute wie klammrot gerade bei sich sitzen hart aber fair gut boris dann haben wir jetzt ein ganz abscheuliches video vom zdf heute wenn ich mich recht entsinne und da wolltest du mir drüber reden ja willst du das irgendwie einleiten oder einfach play drücken ja ich glaube ein zwei ein zwei kurze sätze dazu reichen es werden so ziemlich alle von denen die zuschauen mitbekommen haben vor wann genau war das nochmal august vor den wahlen in thüringen und sachsen und zwar drei tage oder sowas davor also irgendwann im august war das ach so 30 august genau also unmittelbar unmittelbar vor den wahlen hat man sich entschieden ganze 28 afghanen abzuschieben man hat die in einen gecharterten flieger von katar airways gesetzt hat sie nach kabul geflogen jedem 1000 euro handgeld taschengeld in die hand gedrückt wir wissen dass das jährliche jahreseinkommen afghanistan zwischen 300 und 600 dollar in den beitrag sagen sie oder schreiben sie auch dazu sie würden damit einige monate irgendwie sechs bis zehn monate damit mit zurecht kommen mit dem geld da musste glaube ich schon sehr ausufernden lebensstil haben in afghanistan wenn du nur so lange damit klarkommst genau die 28 wurden dann abgeschoben das war in teilen wurde das kontrovers behandelt vor allem eben auch diese 1000 euro handgeld mit welcher begründung die summe sei unüblich aber man war sich einig die 28 aus allen bundesländern jeder durfte irgendwie so seine seine schlimmsten afghanen in diesen in diesen flieger setzen und das waren wirklich schwer verbrecher darunter unter anderem vergewaltiger aus von dem 14 jährigen mädchen illa kirchberg auch das wird noch vielen hier bekannt sein der fall also da wurden wurden wirklich üble typen abgeschoben und die bundesländer die ein statement dazu abgegeben haben bis auf hessen haben sich alle zu den straftäter geäußert die sind in den flieger gesetzt haben waren das wirklich alle schwer verbrecher vergewaltiger sexual straftäter verwaffender raubüberfall messer angriffe und so weiter und die hätten alle noch viel viel mehr leute gerne da reingesetzt ob allein baden württemberg die sagen die haben noch über 170 von solchen leuten in haft diese gerne loswerden würden und jetzt hat man sich beim zdf dazu entschieden dass man den nach kabul hinterher reist und sich einmal anschaut wie schlecht ist den menschen denn jetzt vor ort tatsächlich geht wenn ja der europäische gerichtshof sogar deutschland eine strafzahlung aufdrückt oder entschädigung wenn man leute nach griechenland abschiebt dann müssen ja die umstände wissen wir seit der machtübernahme der taliban müssen da ja katastrophal sein und man besucht dort einen dieser straftäter man ändert den namen zeigt sein gesicht nicht das ist der rahim und ja man hat daraus insgesamt acht minuten beitrag gebastelt ich habe den so vier minuten runtergeschnitten und so ein zwei stellen sind sind ganz interessant die kommentieren wir dann noch mal alles klar dann geht's los seine frau und die beiden kinder ließ der damals anfang 20 jährige zurück er zahlte den schmugglern viel geld sagt rahim verkaufte fast seinen ganzen besitz die hoffnung in deutschland einen sicheren job zu finden und damit seine familie zu ernähren doch der plan ging nicht auf sein asylverfahren okay was also wichtig an der stelle ist er kommt nach deutschland rein aus wirtschaftlichen gründen jetzt nicht weil die situation für seine familie für seine frau und seine kinder so schrecklich ist wegen krieg oder sonst was sondern ein ein klassischer wirtschaftsflüchtling in diesem fall so deswegen kommt er nach deutschland um und das ist natürlich sehr ehrenvoll hier zu arbeiten wir wissen die lassen uns sauber journalistisch recherchiert nicht wissen ob derjenige eine ausbildung hat was der gerne arbeiten möchte was wir wissen warum sie das tun also ja dann löse bitte ach so ja weil er keine ausbildung haben wird richtig richtig wenn das ein maurer wäre dann würden sie sagen der 24 jährige maurer rahim aus afghanistan ja der hier ja hat nichts also der mann hat nichts und gar nichts aber er hat genug geld obwohl er sich in einer wirtschaftlich prekären lage befindet hat er genug geld um her zu kommen genau verkauft dinge wie auch immer wir sehen er ist jetzt auch in irgendeinem haus ich weiß auch nicht warum der monitor da mit so mit so einem handtuch da irgendwie abgedeckt ist oder so ob man das vorbereitet hat und sagt okay ich komme wir kommen wir kommen irgendwie länger nicht wieder fernsehen ist haram ich weiß auch nicht ich weiß ich weiß auch nicht ich habe gerade überlegt was könnte es sein ja könnte das religiösere haben ich glaube er weniger könnte der grund sein dass das das neueste luxusmittel von lg ist der lg rollout oder so und man würde jetzt fragen stellen wie sagst du da ein 15.000 euro fernseher zu stehen ich habe keine ahnung auf jeden fall reicht es halt für für handy und für fernseher das das wissen wir schon mal und irgendwie netten kleinen garten hat auch noch dran am anfang also es lohnt sich auch für alle die den ganzen beitrag noch nicht gesehen haben irgendwie einfach bei google eingeben zdf abschiebung afghanistan doku ist bei youtube noch nicht online derzeit sondern nur auf der internetseite einsehbar aber er kommt nach deutschland möchte hier arbeiten um seine familie finanziell zu unterstützen da gibt es möglichkeiten legale einwanderung zum beispiel ein arbeitsvisum dass da die leute in der regel schwierig wenn du nichts kannst genau genau ja richtig so also ich würde mich jetzt bewerben als arbeitsloser da kannst du direkt an an kge deine bewerbung schicken ich würde euch jetzt gerne hier die kge einspielen die zählt dass wir auch einwanderung ins sozialsystem brauchen ansonsten wird schwierig mit arbeitgebern ja also kge oder niemand wahrscheinlich gibt es auch die möglichkeit in den anderen ländern drumherum zu arbeiten um seine familie finanziell zu unterstützen bin ich mir sicher auch für einen einfachen hilfsarbeiter aber was wir auch wissen auch asylbewerber in deutschland asylsuchende noch kein flüchtlingsstatus erhalten hier ja zahlungen monatliche zahlungen und damit kannst du natürlich auch deine familie unterstützen ich glaube so eine monatszahlung je nachdem ist natürlich geringer als bei einem bürgergeld empfänger aber unter umständen kommt auf jeden fall genug zusammen dass du dass du davon leben kannst dass seine familie in afghanistan gut davon leben kann ohne dass du ohne dass sie arbeiten gehen muss so warte kurz kurz zum zum thema hat vier also diese leistungen nach asylbewerber leistungsgesetz die sind ja geringfügig niedriger als arzt vier wohnst musst du keine miete zahlen also ist mieter abgedeckt strom und so weiter alles abgedeckt und dann kriegst du halt jetzt mal ein taschengeld ähnlich wie hat das auch bekommen und es ist ein bisschen weniger als das lass es 30 euro weniger sein es ist nicht die hälfte oder sowas muss man sich vergegenwärtigen dass der durchschnittslohn in afghanistan im monat bei ich weiß nicht mehr 80 euro liegt oder sowas das heißt wenn du es schaffst 80 euro zu sparen dann kannst du da monatsgehalt hinschicken das ist so als würdest du nach afghanistan ziehen und die zahlen dir da so viele tausend euro hat vier dass du genug übrig hast um deiner familie jeden monat ich weiß ja was ist durchschnittseinkommen deutschland 2.400 euro oder sowas im jahr 42.000 ich kann nicht sagen was ja grob lass es 2000 sein ja also du hast ein bisschen sparsamkeit hast du genug geld übrig um da mindestens fast monatsgehalt locker zu machen jeden monat dafür dass du hier nichts tust also auch der fairness halber die höhe der leistung hängt auch davon ab wie du untergebracht bist das heißt wenn du eine unterkunft bist wo du quasi alles bezahlt alles bekommst also einschließlich verpflegung und so weiter dann ist deine monatliche zahlung ein wenig geringer so das wird da rausgerechnet aber über den daumen kannst du sagen die kriegen lass es mal irgendwie dann über daumen drei 400 euro im monat und wenn die davon wenn die davon nur 100 euro in ihrer heimat schicken ist das für die halt immer noch ein haufen geld also wir halten fest der kommt nach deutschland will arbeiten wir wissen übrigens auch es gibt festgesetzte zeiträume ich glaube man ist irgendwo zwischen sechs und neun monaten das variiert auch hat sich auch noch mal geändert darfst du hier auch als asylbewerber als asylsuchender arbeiten das darfst du sobald du nicht mehr also es gibt auch da ausnahmen es ist theoretisch auch möglich zu arbeiten während du in einer sammelunterkunft lebst aber grundsätzlich ist das so nicht vorgesehen in der regel erst eine reguläre unterkunft dann arbeit aber wie du gerade schon sagt ist im schnitt sehen diese leute in eine reguläre unterkunft nach etwa acht monaten es ist nicht so dass diese armen leute erst nach acht jahren arbeiten dürfen die dürfen fast arbeiten mit sich ankommen also acht monate später was in acht monate ist gar nichts so und und auch das muss man kann man kann man noch nicht ganz so stehen lassen du musst überlegen die idee hinter asyl ist ja du fließt vor krieg vor verderben vor krieg übrigens kein grund du fließt vor politischer verfolgung kommst dann hierhin weil es dir so schlecht geht die idee ist nicht du kommst hierhin um zu arbeiten und deine familie finanziell zu unterstützen deswegen dieses ja die dürfen nicht sofort arbeiten wenn die herkommen ja dafür ist es ja auch gar nicht gedacht es geht darum du fließt vor politischer verfolgung bist froh dass du endlich irgendwo bist wo man dir hilft ja wo du in sicherheit gekommen bist übrigens ist die situation ja so schlimm und prekär dass du frau und kinder allein zurücklassen kannst um dann irgendwie von hier geld dahin zu schicken das durchschnittseinkommen in afghanistan liegt bei 41,66 dollar ich habe ja gesagt zwischen 300 und 600 dollar im jahr die zahlen variieren ja also das jahre seinkommen wenn du da 40 euro hinschickst ist das ein monatslohn den du da schickst du da 80 hin ersetzt du zwei menschen die vollzeit arbeiten ja richtig okay weiter geht das ist irre machen wir weiter er zog sich erlebte isoliert in einer flüchtlingsunterkunft arbeitete oft schwarz bis er straffelt ist und da haben wir dann auch schon einen der motivationspunkte wenn ich dann noch nebenbei schwarz arbeite ich würde das jetzt vorsichtig anzweifeln was kann denn dieser mann wo arbeitet der denn schwarz auf dem bau als was als trägt der steine von a nach b aber sagen wir mal das ist tatsächlich der fall und sagen wir mal der verdient schwarz 200 euro im monat ich denke das wäre schwarz wahrscheinlich ein hungerlohn wenn ich jemand schwarz arbeiten lasse für den ich da keine steuern abdrücken muss und so ein scheiß da zahl ich vermutlich mehr aber sagen wir mal es sind 400 euro dann hat er genug kohle um zehn monatsgehälter pro monat nach afghanistan zu schicken ich wurde was genau passierte wissen wir nicht nur so viel er soll in einen streit verwickelt worden sein trug ein messer mit sich die polizei nahm ja man man weiß nicht was er gemacht haben soll es sind einen streit verwickelt gewesen sein boris streit gestritten das ist stell dir vor wir treffen uns in berlin streiten uns auf der straße du leute wissen jetzt du siehst eher aus wie der migrant hast ein messer in der hosentasche die polizei kommt und sperrt dich drei jahre weg in keiner realität jemals wird das so passieren dass bei einem streit wo jemand ein messer dabei hat dafür drei jahre freiheitsstrafe ohne bewährung und das muss man übrigens dazu sagen es wurden auch straftäter abgeschoben von diesen 28 die sich noch in haft befunden haben das heißt möglicherweise haben die den typen auch hatte der fünf jahre freiheitsstrafe und die haben ihn vorzeitig abgeschoben weil er eben einer derer war die so ein grauenhaftes verbrechen begangen haben dass sie ihn früher loswerden wollten wir haben vorhin mal recherchiert bewährung für messerangriff und wir haben ich glaube ein dutzend treffer gefunden bevor wir dann aufgehört haben ich bin mir sicher es ließen sich dutzende auftreiben wir haben mal ein beispiel für euch messerangriff in fulda 35 jähriger zu zwei jahren auf bewährung verurteilt der afghane rahim noch mal der wurde nicht auf bewährung verurteilt sondern zu einer haftstrafe dieser 35 jährige aus fulda wurde zu einer bewährungsstrafe verurteilt warum denn was hat er denn getan der angeklagte hat nach meinung der kammer einen 32 jährigen am 19 februar 2022 in der künstlerstraße mit einem messer eines sogenannten multitools so schwer verletzt dass dieser notoperiert werden musste eine zentimeter lange narbe im gesicht wird das opfer für immer an die tat erinnern der schnitt hat das auge knapp verfehlt die sehfähigkeit seit dadurch heute eingeschränkt ebenso die mimik auch in den hals hat er gestochen der 35 jährige hatte die tat gestanden auch wenn er bestritt dass er es war der damals die auseinandersetzung ausgelöst hatte seiner stellung zufolge war es der 32 jährige widersacher der zuerst zuschlug auch da muss man sagen das war ja zuvor ein streit bei rahim der wird auch alles mögliche behauptet haben ja das das war ja wie gesagt das ähnlicher fall wir haben wir haben ein volljährigen rahim ist mit anfang 20 gekommen das heißt wichtig wir haben kein jugendstrafrecht ansonsten wäre die strafe wir haben auch als wir danach gegoogelt haben einige fälle nach jugendstrafrecht mit bewährung gefunden andere sozialprognose ist in deutschland sowieso eine katastrophe aber hier haben wir einen über 30 jährigen also kein jugendstrafrecht bewährung ähnliche situationen wir reden von einem streit ja bei rahim hat lässt uns das zdf auch nicht mehr wissen wir haben einen streit wir haben ein messer wir haben hier ein stich in den hals und eine bewährung für zwei jahre und rahim hat einen streit ein messer dabei und wie gesagt mindestens drei jahre kann auch länger gewesen sein mindestens drei jahre haft das zdf macht sich nicht einmal mehr die mühe das ausführlich zu recherchieren und zu dem thema recherche und das wäre meine nächste frage gewesen wollen wir das gleich machen oder jetzt direkt mit einschieben können wir jetzt direkt mit einschieben also ich frage mich wie es sein kann dass man es schafft dort einen reporter hinzuschicken also einen reporter ins flugzeug nach kabul zu setzen aber es nicht schafft mal ein bisschen zu recherchieren was war da jetzt genau was ist so man glaubt ihm einfach der kann erzählen was er will sie haben übrigens über längeren zeitraum wollte rahim nicht mit denen sprechen da war unter anderem katrin eigendorf sie war wohl leitend in dieser funktion die ist ganz viel im bereich dokumentarfilm reportagen im ausland unterwegs ja für öffentlich rechtliche krisenberichterstattung die frau hat sogar einen preis bekommen und zwar den hans joachim friedrichs preis im jahr 2021 film machen katrin eigendorf ist eine tragende säule öffentlich rechtlicher krisenberichterstattung in diesem monat beweist sie an der front des desasters in afghanistan erneut ihren mut ihr können und ihre authentische empathie für die opfer eines historischen versagens und mit mut und können ist also mut dass irgendwie als frau wahrscheinlich nach afghanistan reist mit können kann vieles gemeint sein vielleicht auch rahim aufzutreiben wo man ja nicht mal mehr anscheinend bestätigt weiß ob er ob der typ überhaupt authentisch ist vielleicht ist das auch einfach nur jemand der vor die kamera wollte und gesagt hat okay wenn ihr mir 500 deutsche euro in die hand drückt dann sage ich euch was ihr was ihr wissen wollt vor der kamera die frau wurde im prinzip für ihre herausragende journalistische arbeit im jahr 2021 sogar ausgezeichnet aber journalismus haben wir hier halt nicht da wird halt ein typ interviewt und dann wird gesagt ja es war ein streit der hat den messer dabei mindestens drei jahre knast ist zurück in afghanistan und das war's das glauben wir einfach mal komplett ich habe doch ein passender tweet von liv von bötticher vor einigen tagen hatte ich die möglichkeit einige der bundespolizisten zu sprechen die an der rückführung der berühmten 28 afghanischen straftäter beteiligt waren um es deutlich zu sagen hier wurden die schlimmsten der schlimmen straftäter abgeschoben das waren nicht irgendwelche straftäter das waren allesamt hochgefährliche personen von denen eine erhebliche zukünftige bedrohung für die bevölkerung ausgegangen ist personen die unter anderem bereits im gefängnis angekündigt hatten wieder zu vergewaltigen weil zitat deutsche männer luschen sind zitat von einem der übersetzer eines der männer ich habe mit einem bürgermeister gesprochen der brandbriefe an das ministerium geschrieben hatte um einen der männer nicht mehr in seiner gemeinde beherbergen zu müssen bundesländerübergreifend gibt es viele städte und gemeinden die straftäter liebsten sofort loswerden möchten die 28 plätze waren dementsprechend heiß begehrt eine bundespolizistin erzählte mir die beamten seien teilweise geschockt gewesen was für kriminelle kaliber auf diesem flug gewesen seien was mir bei dem text der kollegen hängen bleibt keine reue für die tat nicht bei einem bedauern das kämmen der haare vor dem spiegel wirkt in diesem zusammenhang geradezu grotesk witzigerweise haben wir ane das ist das bild von ihr und was ist mit den 1000 euro handgeld die 1000 euro handgeld wenn wir heute nicht klären können aber damals normal von der frau lief oder lief von büttich hat er hat sich nicht gestritten und da war da irgendwie messer im spiel und das ist jemand offen fuß gefallen und dann hat er sich selber verletzt das war nicht der fall und der letzte krache der original beitrag von der frau eigendorff den auf twitter gepostet hat da gibt es bereits eine vorgeschlagene kollektive anmerkung und die verweist auf hörenden artikel ich lese einfach mal kurz den artikel vor polizei ravensburg nimmt messerstecher fest nach einer körperlichen auseinandersetzung vor einem imbiss in der innenstadt von ravensburg bei der am samstag gegen 23 uhr eine 24 jährige person schwer verletzt wurde hat die polizei unmittelbar nach der tat einen 22 jahre alten mann festgenommen laut dem zdf-beitrag ich weiß ob das schon kam oder noch kommt ist rahim 2021 nach deutschland eingewandert und war zitat zdf anfang 20 wir reden hier bei diesem fall von al goy hit aus dem jahr 22 von einem 22 jährigen das passt zusammen ne 21 war rahim anfang 20 und 20 22 hat dann irgendein 22 jähriger in ravensburg genau diese tat begangen nach dem stand der bisherigen ermittlungen soll es zwischen dem tatverdächtigen und seinem 24 jährigen kontrahenten zunächst zu einem streit gekommen sein da haben wir den streit vor dem rahim erzählt hat in dessen verlauf der 22 jährige also rahim dem 24 jährigen unter anderem mehrere faustschläge in das gesicht und mehrere kopfstöße verpasst haben soll während der körperliche auseinandersetzung soll der tatverdächtige schließlich ein messer gezogen haben und dem 24 jährigen mehrere stichverletzungen beigebracht haben das opfer wurde von einer rettungswagen besatzung mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen verletzungen in eine klinik gebracht der tatverdächtig wurde am sonntag dem zuständigen haftrichter vorgeführt der auf antrag der staatsanwaltschaft ravensburg die untersuchungshaft anordnete der 22 jährige wurde anschließend einen justizvollzugsanstalt verbracht der mitungen des kriminalkommissariats ravensburg gegen den 22 jährigen afghanen der nächste tipp wegen versuchten totschlags lauern an also wir haben hier einen ziemlich heißen anwärter für das ist der typ genau hast du hast du auch gelesen noch was was sie dazu gepostet hat nee bitte also worunter diese community note war mit dem allgäu hit nie nicht wortlaut erlebt in einem wahrscheinlich in einer er lebt in einer flüchtlingsunterkunft und arbeitet schwarz von katrin eigendorf geschrieben dann wird er so erzählt er in einen streit mit messern verwickelt was er als harmlos empfindet eine kleine auseinandersetzung wird als straftat gewertet raim kommt für drei jahre ins gefängnis und auch hier wieder wir wissen nicht ob er quasi am stichtag nach drei jahren haft abgesessen entlassen und dann in den flieger nach kabul gesetzt wurde ich persönlich gehe nicht davon aus das zdf lässt es uns nicht wissen und tut auch in der doku stellen sich quasi dumm da ohne das irgendwie weiter einzuordnen aber ja das ist eine kleine auseinandersetzung ein streit mit messern mutmaßlich dieser fall das wissen wir nicht aber okay wir wir schauen weiter weiter ich muss kurz wieder ja okay das urteil drei jahre gefängnis sie haben uns gesagt sie bringen uns zum flughafen bis zu diesem moment konnten wir das nicht glauben sogar als wir im flugzeug saßen dachte ich sie bringen uns vielleicht in ein anderes land aber nein ja natürlich nach mexiko vielleicht oder was lass die paar sekunden noch laufen dann sie haben uns nach afghanistan gebracht abschiebungen vor allem von straftättern ja die haben die nach afghanistan gebracht wer dachte der macht jetzt hier kancun all inclusive fünf monat oder so oder griechenland plus sonderstrafzahlungen aus deutschland ja oder wo woher auch immer er gekommen ist er ist nicht über die ost oder nordsee geschwommen und wahrscheinlich auch nicht mit dem flieger hierher gekommen aber ja ich finde ich fand diese stelle so bezeichnend dass er wirklich da sitze wir konnten es gar nicht glauben die haben uns wirklich nach afghanistan abgeschoben und zurückgeflogen das gibt es doch gar nicht dass das erneut eine lüge ist und mein indiz dafür ist folgendes was ist eine lüge dieser dass er nicht wusste woher abgeschoben wird wenn er es sich vielleicht nicht glauben konnte dass das kaufe ich ihm ab auch das halte ich für blödsinn lass mich kurz ausführen als die faser damals diesen abschiebeflug angeordnet hat hat sie ich glaube wie heißt der sender nicht der sender diese diese outlet der deutschlandkorea der deutschlandkorea der deutschlandkorea hat fesen interviewt hat gesagt wie sieht es aus mit dem 1000 euro handgeld und so das ist ja so nicht üblich doch doch blablabla und dann ich weiß nicht mehr wie das bekannt wurde wurde jedenfalls bekannt und das ist doch in diesem interview thematisiert worden dass sie für diese 1000 euro handgeld eine erklärung unterschreiben mussten ja ja genau ein einverständnis dann jetzt abgeschoben zu werden wird dann die frage ist war das wirklich eine abschiebung oder war das im grunde genommen eine freiwillige ausreise hier sind 1000 euro wir brauchen dich als werbemaßnahme und wir verkaufen das dann nach außen als abschiebung also auch dieser junge mann hat dieses schriftstück unterschrieben für diese 1000 euro auf die wird er nicht als einziger verzichtet haben und da wird eindeutig drin gestanden haben wir werden dich nach afghanistan abschieben wenn du dich damit einverstanden erklärst und du kriegst 1000 euro obendrauf der hat nicht erst im flieger erfahren dass es eben nicht nach kancun geht genau ich also ich wollte habe ich habe ich übrigens auch nachgefragt beim beim innenministerium ob es sich um eine bei der rückführung um eine abschiebung oder um eine freiwillige ausreise handelte weshalb es mit diesen 1000 euro staathilfe in afghanistan und dass die ausgewiesenen eben unterschrieben haben sollen dass sie freiwillig das land verlassen und ob es sich damit rein rechtlich auch um eine abschiebung handelt haben sie geschrieben ja vielen dank für die anfrage wir können ihnen mitteilen es handelt sich um eine rückführung freiwillige rückkehrer waren nicht an bord fragen zum sogenannten handgeld müssen sie bitte an die zuständigen länder richten ja das heißt die wollen uns erzählen als ob das ländersache wäre dass die 16 länder allesamt gemeinsam beschlossen haben individuell für sich genau dass jeder von dem tausender kriegt auf die hand zwei lila scheine und dann alles klar tschüss macht's gut bis zum nächsten mal glaube ich halt kein stück aber was für eine möglichkeit hat man halt ja das irgendwie weiter also wenn da das halt auch so ein punkt gelegentlich kontaktierlicher leute aber es gibt halt auch immer mal wieder so mutige die dann auch in solchen behörden sitzen und informationen durchsickern lassen was halt wichtig ist worauf man auch angewiesen ist auch an dieser stelle wenn unter den zuschauern jemand ist bei journalisten ist in der regel so dass der das der sogenannte informantenschutz greift das heißt wenn jetzt jemand käme und ich veröffentliche irgendeine interne information von irgendwas und irgendein internes schreiben oder was auch immer dann kann ich mich vor gericht darauf berufen eben auf diesen informantenschutz und ja kann die aussage dahingehend eben verweigern also das heißt da muss keiner sorge haben dass man irgendwie darunter dazu gezwungen werden kann außer davor gehaltener waffe dass man solche dass man dann eben seinen informanten oder den hinweisgeber preis gibt alles klar weiter geht's in deutschland eine hitzige debatte so dass eine schöne quelle eingebildet genau an der stelle sagen sie dass das thema abschiebung und straffällig gewordener asylbewerber in deutschland eine hitzige debatte und dann denke ich mir vielleicht im kabinett vielleicht in der bundesregierung vielleicht ist das da eine hitzige debatte gerade wenn die grünen im bundesrat linken jugendtreff an der straßenecke aber für die deutsche bevölkerung für das gesamte land ist das überhaupt keine hitzige debatte jeder der straffällig geworden ist hier und asyl gerufen hat vorher an der grenze und dafür großzügig ins land gelassen und alimentiert wurde die leute sollen weg und zwar alle samt und auch das hat mal ahmad mansur schön ich glaube das war bei lands irgendwo ausgeführt rein psychologisch betrachtet ist es ist es völlig unüblich dass jemand im ausland grundsätzlich im ausland irgendwo übermäßig straftaten begeht im gegenteil es ist hemmt eigentlich dass du wenn du dich in irgendeinem land aufhältst dort gast bist ja in dem gastgeberland und dort straffällig wirst das passiert quasi eigentlich nicht oder eben deutlich seltener die tatsache dass das hier so häufig passiert sollte eigentlich auch strafverschärfend sich auswirken darauf nicht so wie es halt häufig ist dass man ja der wird auf der flucht traumatisiert und so weiter so dass das noch strafmildernde umstände sein können kurz wie man auf diese 93 prozent kommt demnach sprechen sich 52 prozent der deutschen dafür aus dass alle asylbewerber deren antrag auf asyl abgelehnt wurde nach afghanistan zurückgeführt werden 41 prozent nicht davon sondern 41 prozent über diese 52 prozent hinaus sagen dass schwer kriminelle und terroristische gefährde abgeschoben werden sollten also wir haben eine klare mehrheit für abschiebungen selbst ohne schwer kriminelle und terroristische gefährder sagt schon eine mehrheit abschieben wenn es hier keinen grund für asyl gibt abschieben weiter geht's können geflüchtete die straffällig werden per se einfacher abgeschoben werden laut gesetz nicht unbedingt jeder fall muss einzeln geprüft werden entscheidend ist nicht wie sich die person in deutschland verhält sondern wie gefährdet sie im zielland ist die versorgungslage in afghanistan hat sich dramatisch verschlechtert das land versinkt in armut droht menschen die verelendung stehen sie ebenfalls unter einem besonderen schutzanspruch erklärt völkerrechtsexperte zimmermann wenn selbst bei nicht vorliegen also entscheidend ist nicht was sie hier tun sondern entscheidend ist wie die zustände aus dem shithole sind aus dem du kommst das heißt ja je schlimmer das land desto desto größer die narrenfreiheit die du hier hast und ich bin mir auch sicher die meisten deutschen gefängnisse wahrscheinlich besser als bestimmte gegenden in kabul und afghanistan wobei ja also wenn wir jetzt raim betrachten auch wer sich deine doku wo er sich dort aufhält keine ahnung auf den ersten blick wirkt das halt für mich nicht so aber wenn irgendjemand beschließt die zustände dort sind so schlimm dann geht es für die leute halt auch nicht zurück muss auch überlegen bei den bei den 28 abgeschobenen war einer dabei der insgesamt 160 mal straffällig in erscheinung getreten ist 160 mal und du wirst ja nicht jeder straft hat erwischt der wurde 160 mal erwischt ich muss auch übrigens da ein räumen ich habe für diese sicht der dinge gewissermaßen verständnis dass du leute nicht in den sicheren tod abschieben kannst nicht dass mich das davon abhalten würde sie abzuschieben wenn sie ihr scheiße wollen aber ich habe dafür verständnis das führt dann aber dazu lieber boris dass wir grundsätzlich sagen sollten keiner von euch kommt überhaupt erst hier um dann möglicherweise eigentlich abgeschoben werden zu müssen wir können es aber nicht tun weil euer land nicht sicher ist aber wir fliegen diese leute aus kabel auf direkt dem wege hier ein dank frau baerbock und dabei wird ja noch hier und da geschummelt damit die in möglichst großen zahlen hier her kommen können und angesiedelt werden können und dann stehen wir vor dem problem dass wenn sie dann straffällig werden ja und so ein völkerrechtsexperten erzählt ja aber abschieben können wir die jetzt nicht ja bei her holen konnten wir sie es geht mir auf den sack alter und verfolgung situation im zieland so schlimm wäre das eine eine menschen als menschen würde verstoß es gleich käme wenn man diese person in dieser situation zurück verbringt in afghanistan bleiben will er nicht sein wunsch zurück nach europa natürlich natürlich sein so wunsch übrigens ihr kriegt hier ein best of präsentiert ja die reportage geht eigentlich acht minuten boris hat das runter also das ziel nicht irgendwie schnell eine arbeit finden um seine familie sondern sein ziel zurück nach europa ins goldene europa bloß nicht nach spanien haben wir gehört da ist ganz schlimm aus spanien wollen die leute auch nach deutschland also aus irgendeinem grund meinen halt alle wenn sie europa sagen deutschland weil arbeiten gehen kannst du überall anders in der eu ziemlich sicher auch also auch schwarz ist jetzt nicht ich bin dafür er hat sich ja selbst einer straft hat bezichtigt wenn der wieder ankommt geht er direkt in knast wegen schwarzarbeit hat er ja zugegeben dann sitzt da drei vier monate und dann wird direkt wieder nach hause abgeschoben ich würde sagen wir zahlen den taliban geld dafür dass sie ihn einknasten das fand das war übrigens auch interessant der bild-zeitung schreibt ein artikel in diesem horror knast sind die 28 untergebracht in wirklichkeit wurden die drei tage irgendwie am flughafen festgehalten und sind dann alle auf freiem fuß da wo ich mir auch die war nicht nur im knast weil ich dachte dass sie damals in einem ganz ganz schlimm knast waren verglichen womit wurde mir nicht gesagt also für afghanische verhältnisse wird das kein horror knast gewesen sein kurzzeitig also ich kann nicht sagen wie viele tage aber es waren selbst wenn es wenige wochen waren aber die wurden kurz ist es ist gehalten acht tage oder sowas ja und dann haben sie die alle laufen lassen ja und jetzt wird davon gesprochen von den taliban festgehalten das sagen sie auch in dem beitrag hier da spricht keiner mehr davon dass sie die irgendwie dass er in irgendeinem ganz schlimm knast untergebracht war aber das wollte ja uns die bild-zeitung wissen lassen hier von wegen in diesem horror knast sind die untergekommen ja ja wenn man das damals hier behandelt ganz ganz schlimm und jetzt heißt es ja die wurden die am flughafen festgehalten irgendwie passt da halt gar nichts zusammen mein plan ist es geld zu sammeln und wieder nach europa zu gehen hier gibt es keine arbeit und die situation hier ist nur schlimmer geworden frage warum muss der geld sammeln wenn er 1000 euro bekommen hat also wenn die taliban ihm die abgenommen haben okay das klar aber jetzt sammelt ihr mehrere monats gehälter um da wieder nach europa zu kommen damit er sich dann von dort aus um seine familie kümmern kann alles klar ist ja hat er an keiner stelle erwähnt wie schlimm und schrecklich er die taliban findet irgendwie unter den umständen und dass das ja ganz schlimme terroristen seien und die bevölkerung terrorisieren was strategisch clever gewesen wäre ne ja ja also sich also als opfer halt darzustellen genau und böse rum zu meinen da hättest du davor fliehen können aber nicht mal das tut er das heißt also die er verurteilt nicht die situation oder die regierung die sich dort manifestiert hat mit den mit den taliban sondern einfach nur ja wirtschaftlich läuft es halt nicht so gut als ob es das gewesen wäre bevor die taliban dort die macht übernommen haben nur dass die deutschen halt dort unter anderem auch die us-amerikaner dass das halt dass das halt ein riesen arbeitgeber war übrigens im kosovo immer noch seit den 90er jahren einer der größten arbeitgeber dort in der region wir haben das damals für die honigfarbe ausgerechnet was die verdient haben diese hunderten ortskräfte und ich weiß nicht wer ganz genau aber es war in etwa so als würdest du hier 4000 euro nette verdienen oder so ähnlich also das war mit an sicher grenzender wahrscheinlichkeit einer der bestbezahlten jobs in ganz afghanistan als ortskraft für die deutschen tätig zu sein ganzen nahen osten oder so aber wie gesagt also riesen wirtschaftskraft gibt ja auch länder deren deren bruttoinlandsprodukt irgendwie über so mehr als 50 prozent nur irgendwie aus entwicklungshilfe besteht also was was da halt an geld reingepumpt wird ist ist wahnsinn kommen dann würde ihnen an der grenze durch die bundespolizei die einreise verweigert werden und es würde versucht werden ihn schnellstmöglich wieder in sein heimatland zu verbringen das das finde ich ist eine ist eine ganz witzige theorie von ihm er geht davon aus wenn die wenn er jetzt wieder an der deutschen grenze stünde dann steht da die bundespolizei und schickt ihn wieder nach hause ganz sicher ja wir haben ja bei news gesehen und ich selbst habe es auch festgestellt zum einen als ich von dänemark gekommen zum anderen von italien über österreich nach deutschland wieder mit dem motorrad da stand im regen ein container da standen drei polizisten und die haben halt nach gut dünken irgendwie einzelne fahrzeuge rausgewunken und wir reden hier von der autobahn so aber sämtliche grenzübergänge in den kleinen ortschaften egal ob jetzt zu polen oder tschechien da steht halt niemand das heißt die wahrscheinlichkeit dass der typ überhaupt irgendwie an der grenze erkannt wird oder festgehalten oder sonst was wird und hier wieder rein kommt er die liegt wahrscheinlich bei null grundsätzlicher appell von experten mehr differenzierung in der asylpolitik ist nichts flow migration zu steuern und sicherzustellen dass nur die zu uns gelangen wo wir entweder sagen die person wollen wir weil wir sie aus demografischen gründen als facharbeiter so das bringt auch ein paar sachen durcheinander aus demografen also was die überalterung der bevölkerung dann dann taugt ja jeder eine hauptsache unsere völkerung wird jünger und so du erinnerst dich vielleicht an den doppelten entlastungseffekt für die krankenkassen ja ja von fratscher ne ne das war die gfk ist der verein gemeinschaft für krankenkassen ich weiß nicht ganz genau das ist so eine frau gewesen das damals noch aufgebracht hat welt hat dazu ein artikel geschrieben mit der überschrift halt also überwärter sind nicht sorgen für doppelten entlastungseffekt einen doch vor es die sorgen nicht für einen entlastungseffekt für einen doppelten direkt für einen doppelten entlastungseffekt und diese woche habe ich dann vernommen dass die über die meldung ich glaube krankenkasse krankenkassen beiträge müssen extrem steigen oder so ähnlich aber hatten wir vor wenigen jahren erst einen doppelten entlastungseffekt alles dabei zu 18 war das war also die gesetzlichen krankenversicherung also gkv nach nach deren angaben positiv soll sich das auf deren finanzielle stabilität auswirken und da hieß es noch zuwanderer führen zu einem doppelten entlastungseffekt das war januar 2018 vielleicht kommt der noch experten schlagen alarm krankenkassenbeiträge sollen extrem steigen von einer doppelten nicht einer einfachen boris einer doppelten entlastung zu einer extremen steigerung und das sind sechs jahren da steckst du das hat keiner kommen sehen wir haben alle erwartet die kassen krankenkassen beiträge die wände demnächst sinken ja weil die zuwanderer zu so tollen entlastungseffekten führen weiter geht es um genuin politisch verfolgte personen handelt und die zu trennen von den personen die allein aus wirtschaftlichen gründen in das gebiet der europäischen union einreiten das ist das eigentliche problem eine angst die viele betroffene nicht haben müssten in diesem jahr hat das bampf bereits über knapp 75.000 asylanträge von menschen aus syrien und über etwa 33.000 anträge von menschen aus afghanistan entschieden etwa 5700 syrer und circa 11400 afghanen erhielten einen flüchtlingsstatus alle anderen asylanträge dieser bei das hast du eine schöne ergänzung gemalt ich habe das ich habe ein schönes bild dazu und grafik entworfen übrigens ist das akkurat mit denen mit den strichen die ich da gesetzt habe die kommen an dieser stelle gleich noch dazu 84 prozent derer die kommen bleiben also aus syrien und 74 derer die aus afghanistan kommen beziehungsweise bleiben ist das falsche wort von den 74.000 bleiben erhalten 62.846 so ein status einmal offizieller flüchtlingsstatus die anderen den sogenannten subsidiären schutz das heißt auch die dürfen nicht abgeschoben werden was jetzt mit den anderen 12.000 noch passiert er das geht aus diesem beitrag nicht hervor ich bezweifle ganz stark sagen was passiert rigoros abgeschoben werden ja das wäre ja ich möchte lösen richtig die werden der ausreisepflichtigen deklariert und dann bleiben sie trotzdem im land und das ist ja das geilste kriegen ja nach wie vor sozialleistungen das auch richtig also auch obwohl sie ausreisepflichtig sind an dieser stelle genau das war weiter jetzt jetzt gleich zeigen die das noch mal in so einem torten diagramm aber nicht abgelehnt etwa 57.000 syrer erhielten einen sogenannten subsidiären schutz knapp 13.000 afghanen stehen unter einem abschiebeverbot insgesamt ist das eine schutzquote von 84,2 prozent bei syrischen und 75,8 prozent bei afghanischen antragstellern in diesen fällen ist eine abschiebung also in der regel unmöglich rahim bedauert dass er deutschland verletzt auch da ist die frage was hat das an der stelle für eine relevanz rahim war ja straftäter und da lag offensichtlich keinem dieser status wusstest du dass die mehrzahl von status status ist nee aber du hast es so ausgesprochen dass ich es auch nicht in frage gestellt hätte aber auch wichtig ich glaube die zahlen wurden eingeblendet als wie so eine art werbefilm das heißt die zweifel sind gar nicht berechtigt guck mal 84 prozent aller syrer dürfen bleiben 74 prozent aller afghanen dürfen bleiben toi 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 kommt her die wahrscheinlichkeit dass ihr bleiben dürft ist viel höher als die dass ihr abgeschoben werdet ihr dürft nicht messern du musst jetzt noch mal übrigens ein paar sekunden zurückspulen so zwei drei ich habe da noch was zu ergänzen ja so ein schon listen preis muss man sich ja auch verdienen und hier verdient man sich eben nicht neben nach kabo fliegt und interview führt sondern indem man letztendlich propaganda in seine beiträge einbaut also genau deswegen genau hierfür was mit rahim nichts zu tun hat hat die frau also nicht für diesen ein beitrag sondern für beiträge dieser art hat die frau eigen weiß ich wie heißt der eigenfelder oder sowas eigendorf diesen journalistenpreis bekommen das wird sie noch was zu dieser gesamtschutzquote sagen nee nee unmittelbar danach aber zu dem was rahim bedauert danach also ich mache jetzt play ja dass er deutschland verlassen musste seine botschaft zum schluss ich möchte unseren afghanen sagen beschäftigt euch arbeitet hart und laufte nicht ziellos herum sie dürfen nicht zur schande für sich und ihre familien werden sie sollten immer ruhe bewahren und niemals jemandem schaden zufügen also am besten nicht zu sein wie rahim er bedauert dass er deutschland verlassen musste er bedauert nicht dass er irgendwie gemessert hat ja oder ja ja er bedauert dass er deutschland verlassen musste also im endeffekt dass er jetzt auf das auf unser monatliches taschengeld verzichten muss das bedauert er gut man hätte das auch nicht anders ausdrücken können weil dann hätte man ja mit dem frame gebrochen dass das ein kleiner streit war in den er da verwickelt wurde der hat ja gar nichts gemag habe ich gedacht das kann jetzt meine netz hat ich bereue dass ich gar nichts gemag habe dann ein problem weiter geht's er vermied nach dem gespräch weiteren kontakt wie es für rahim weitergeht das ist unklar ja ich bitte jeden abend dass der man da bleibt zurück nach deutschland so geht er sagt dass er will wieder unbedingt nach europa zum arbeiten arbeiten ja so geht es natürlich mit ihm weiter aber auch hier wieder was glaubst du was der grund ist warum man ihn verpixelt oder halt nicht zeigt weil damit die wahrscheinlichkeit auch irgendwie geringer ist das halt nicht erkannt wird wenn er wieder irgendwie an der deutschen ausgrenze irgendwo aufgabelt wird ohne ausweis ich halte das für durchaus möglicher also die taliban wie wir gelernt haben sind nicht der grund nee gar nicht mit keiner silbe sind die umstände so schlecht oder oder dass die terroristen sondern einfach nur die wirtschaftliche lage und tut mir leid die begründung gilt halt für ganz ganz viele länder und bei ne und wirtschaftsflüchtlinge wissen wir ist kein grund übrigens genauso wenig wie krieg nach dem deutschen asylgesetz grundgesetz artikel 16a ist auch krieg auch bürgerkrieg im land kein grund und auch das was dieser menschenrecht individuell von deinem staat verfolgt werden also individuelle heißt dich suchen sie die metzeln hier alle ab reicht nicht genau du du persönlich muss ziel von bashar al-assad zum beispiel sein richtig ansonsten beispielsweise aufgrund deiner sexualität einer transsexualität wissen wir ja das kann schon darunter zählen ja das heißt es wissen wir ja homosexuelle queers for palestine und so weiter ja also auch die regierenden taliban an sich sind kein fluchtgrund sie müssen dich persönlich auf den kicker haben vielleicht noch eine ergänzung diesen beitrag hätte man ja auch machen können einfach ehrlich das hier ist der straftäter die wurden abgeschoben so geht es denjenigen jetzt in afghanistan weißt du wie so ein wie so eine follow-up geschichte hier die haben 1000 euro handgeld bekommen was hast du mit diesen 1000 euro gemacht und so weiter wie ist die lage ich glaube das würde auch viele menschen interessieren stattdessen entscheidet man halt sich für so einen halbgaren überhaupt nicht recherchierten propagandabeitrag in dem nichts von dem was er sagt irgendwie geprüft wird und dann schaust du nach und dann ist das eine preisgekrönte journalistin die diesen beitrag produziert das ist so ein aber deswegen ja ja was hätten die denn sagen müssen wenn der fokus gewesen wäre wie geht es einem der 28 abgeschoben heute die hätten sagen müssen ja es geht ihm okay hat ein fernseher hat ein garten ja mit seinem mit seinem handy die 1000 euro sind irgendwie noch da da muss ein bisschen was abdrücken ist ja auch die frage gab es das bar auf die kralle also glaubt ja auch nicht wenn da 28 leute mit 28.000 euro deutschem steuerzahler geld am flughafen irgendwie festgehalten werden oder wie auch immer dass er dann auch mit der kohle wieder nach hause gehen da kann man den taliban auch direkt das geld dafür geben dass die leute da bleiben durch diesen beitrag muss ich das wirklich so ein bisschen anzweifeln weil man wollte da auf die tränen drüse drücken und ich nehme an auch diese so dass man das getan hätte wenn treisträgerin richtig wenn die da mal nachgefragt hätte dass er gewesen habe mir direkt gelanden nichts geld nehmen taliban geld machen ja dann hätte sie gesagt und nach einreise ist ihm dem armen rahim die deutsche steuerzahler kohle direkt aus der hand gerissen worden er hat gar nichts mehr dass das lässt mich so ein bisschen zweifeln also weil sorry boros ich muss alles was die auslassen immer so interpretieren dass das schlimmste mögliche dabei rumkommt das schlimmste mögliche wäre die haben die mit der kohle ziehen lassen weil man hätten sie nicht aufgeklärt wahrscheinlich gehe ich kann man kann man bestimmt von ausgehen ja es halt ja erbärmlich was sie da abliefern so ist es schön gewesen wenn er die botschaft verkündet hätte dass steuern raub sind ja das ist so eine art sondersteuer die die taliban da oben übrigens ich möchte eine botschaft an deutschland richten steuern zertraub ja werden wir leider nicht geschenkt bekommen sowas in der art gut ich danke vielmals lieber boris ich danke dir vielmals ich danke den zuschauern bis nächste woche bis dann tschüss ich danke